Alle bereit? Gehen wir den Plan durch. Den gesamten Plan. Den gesamten Plan. Wir laden Sie ins Auto, fahren los und genau um 3 Uhr fahren wir rein. Nach 10 Stunden. Weiter. Hier parken wir, holen Sie raus und gehen an den Hallen entlang. Stopp. Wie viele Hallen? Zwei. Nein, drei. Drei. Dann geht's hier hinten weiter und dann können wir... Okay, Moment. Security? Stimmt. Ich werf die Flasche. Er ist abgelenkt. Dann rennen wir hinten an ihm vorbei und hinten zur Halle. Und dann? Dann gehen wir hoch und das Ding wird angebracht. Bei Sonnenaufgang sieht's jeder.